Winterschnitt der sommerblühenden Sträucher und Halbsträucher Im Sommer blühende Ziergehölze, wie beispielsweise der Sommerflieder, werden von Mitte Februar bis Mitte März sehr stark zurückgeschnitten. Diese Sträuchergruppe trägt die Blüten am diesjährigen Holz. Sie erkennen sie hier gut an den verbliebenen Samenständen. Mit dem starken Rückschnitt kann die Pflanze die ganze Energie in den Neuaustrieb stecken. Schneiden Sie die Äste um mindestens zwei Drittel der Länge stufig zurück. Das erhält die Vitalität und Blühwilligkeit. Verwenden Sie hierzu scharfes Schnittwerkzeug. Unser Tipp, schneide man den Sommerflieder nicht oder nur wenig, ist er mit den Jahren nicht mehr standfest und blüht nur spärlich. Düngung von Ziergehölzen Im April, wenn das Wachstum beginnt und die Ziergehölze treiben, ist der beste Zeitpunkt für die Düngung mit einem Laub- und Nadelholzdünger. Tragen Sie beim Düngen immer Handschuhe und lesen Sie die Dosierungsanleitung auf der Verpackung. Arbeiten Sie nun den Dünger sorgfältig in den Boden ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017